Ich bin Alex, ich bin von Tofter-Eis, das hier ist Annette vom Fernhof Mörder. Willkommen! Genau, und ich freue mich, dass wir hier eine Truhe stehen haben. Mitten in Krisenzeiten sozusagen können wir hier eine neue Verkaufsstelle haben, denn der Rufladen vom Hof Mörder, der ist auch noch geöffnet, weil er eben mit ganz tollen Lebensmitteln, mit regionalen Lebensmitteln für den täglichen Bedarf hier geöffnet bleibt. Und wer will, kann sich dann jetzt auch mit Tofter-Eis mitnehmen. Untertitelung des ZDF, 2020